Musik Darmstadt ist Wissenschaft, Kultur, Leben. Und all das kann nun auch digital erlebt werden. Mit den neuen Apps. Hier werden Informationen gebündelt und Ressourcen geschont. Das heißt, verschiedene Bereiche der Stadt arbeiten zusammen, um eine App mit möglichst vielen Inhalten zu bieten. Davon profitieren viele. Unsere Aufgabe ist es doch, Menschen, Touristen, die nach Darmstadt kommen, zu zeigen, wie schön, attraktiv, interessant Darmstadt ist, was besondere Orte sind, wo sie hingehen können. Wir bieten jetzt eine Darmstadt-App an. Und diese Darmstadt-App ist authentisch, so wie unsere Stadt insgesamt, weil sie von Darmstädter Unternehmen gestaltet ist. Das ist unser großer Regionalversorger Entega, unser Mobilitätsunternehmen Heagnobilo, ein innovatives Werbeunternehmen Lamina. Und das ist ein Pionier der Bürgerbeteiligung im Internet. Wer denkt was? Also Darmstädter Unternehmen, die in vielen Bereichen sehr gute Arbeit leisten, die die Stadt kennen. Und die also auch Menschen, die hierher kommen, zeigen können, wie interessant, vielfällig und attraktiv einer der besten Orte Europas ist. Wer als Tourist oder als Bürger die Stadt neu entdeckt, kennt noch nicht die Wege. Der integrierte Stadtplan zeigt, wo es lang geht. Die Darmstadt-App ist Darmstadt in der Hosentasche. Hier haben sie alle Dinge gebündelt, die man für einen Aufenthalt in unserer Stadt braucht. Das heißt, wir haben unsere Ressourcen zusammengepackt, wie zum Beispiel den Audio-Guide, da sind Routen drauf, die Website mit den Informationen zur Öffnungszeiten, aber auch, wie komme ich von A nach B. Alles das haben wir zusammen in diese App packen können und noch viel, viel mehr. Einfach ausprobieren. Wer nach Darmstadt kommt, möchte sich möglichst ohne große Umstände informieren. Dabei interessieren sich die Gäste für unsere Sehenswürdigkeiten oder die Möglichkeiten, essen zu gehen. Für unsere Bürger sind aber auch laufende Veranstaltungen, aktuelle News oder interessante Facts relevant. Diese Informationen stellen wir dabei über ein Backend zur Verfügung, auf das auch die anderen Apps zugreifen können. Dabei liefern diese aber auch weitere nützliche Features. Die neue Regional-App von Integra bietet für alle Menschen in Darmstadt ein neues Serviceangebot. Von uns gibt es auf dieser App jede Menge rund um das Thema Energie, aber auch sehr interessante Angebote der Stadt. Auch können Sie digital eine Zählerstandsabgabe machen, einfach über drei Klicks in dieser App. Von uns finden Sie aber auch unser Couponheft digital, Rabattangebote, einfach einlösbar über Ihr Handy im Laden. Wer in Darmstadt arbeitet oder wohnt, hat nun auch über die Darmstadt-App oder die Heag Mobilo-App die Möglichkeit, Abfahrtszeiten seiner Busse und Bahnen zu checken. Die Heag Mobilo-App liefert sogar eine Echtzeitauskunft. Das ist noch nicht alles. Nach dem Launch der App wird das Angebot ausgebaut. So wird die App mit der Zeit alle Aspekte des Lebens in Darmstadt bereichern. Als wir das Konzept für die erste offizielle App der Stadt Darmstadt geschrieben haben, war es uns wichtig, das Konzept von Anfang an modular aufzuteilen. Das Schöne an der App ist, dass wir mit der Zeit wachsen können und dass wir durch den modularen Aufbau immer einen Schritt nach dem nächsten gehen können. Und so wird die App sukzessive Stück für Stück immer mehr wachsen und immer mehr dem Namen gerecht werden, den sie heute schon trägt. Die eine App für die Stadt Darmstadt, für alle, die in ihr wohnen, für alle, die in ihr unterwegs sind. Die Darmstadt-App. Darmstadt geht App. Drei Apps für Touristen und Einwohner, von Kindern bis zu Senioren, für eine Stadt mit Zukunft.